Achso, ich dachte, du meinst mich. Kommt der jetzt im Ernst, oder was? Ja. Glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, der auch wieder da wird. Ja, komm. Das Spiel ist übrigens ziemlich laut am Anfang. Du musst es leise machen. Ja. Super. Du kannst dann halt mal leise machen. Kannst du im Menü. Kannst du im Menü dann in Pause. Ja, Basti, willst du den Russen spielen oder spielst du mit einer Frau lieber? Ah, ist mir egal. Kannst du doch jetzt nicht ein mit so einer Kack. Wie heißen die Dinger nochmal? Dann spiel ich jetzt den Nazi, Hermann Wolf. Wie heißen die Mützen nochmal? Die so einen Kacken haben. Äh. Boah, meinst du, wie fett gerade dein Name ein? So heißen die auch bei Fallout. Ja, so heißen die auch bei Fallout, wie es richtig heißt. Deswegen überlege ich auch. Wer, seid ihr bereit? Ich wanker. Nee. Ja, doch, 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 der hat recht. Ja, dann mach doch einfach los und nerv nicht. Okay, jetzt musst du schnell die Waffe auswählen. Du hast nicht so viel Zeit. Shit, ey, es gibt... Na, ich nehm ne Thompson noch. Aber ich bin ein Nazi, ich kann keine Thompson nehmen. Das stimmt. Die M1 Grand nehm ich. Und ne Flinte. Und ne Luga, weil ich ja Nazi bin. Und kein Dynamit, dafür zwei Stolperminen. So. Bewaffnung in sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Kitt los. Also die Map heißt kein Zufluchtsort. Und das ist jetzt unser Zufluchtsort. Nice. Ach, übrigens, die Tür hinter uns, ne? Die bleibt natürlich nicht immer zu, ne? Ach, so. Kommen die denn hier drüber über den Stacheldraht? Ja. Soll ich mal direkt ne... Stolperminen setzen hinter uns? Hinter uns, die kommen erst in der zweiten Welle. Das passt schon. Ja, aber warum sollte ich sonst Stolperdraht benutzen? Kannst du hinter uns legen, ja. Hab ich doch schon längst. Moment, das war falsche Taste. Mit E ist übrigens, äh, Fokus, ne? Was? E? Du Ninja, du. Ah, fuck. Boah, ich hab die Maus richtig kacke eingestellt. Hallo? Könnt ihr mal hier irgendwas tun vor uns? Munition hab! Wie, jetzt schon? Ja, die kann man doch auch aus Leichen looten. Ach, Leute. Au, 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 au. Ne, Abbruch. Maus 1, Abbruch. So. Ich hab aus Versehen F gedrückt. Könnte mal... So. Oh, du stehst vor mir, Kevin. Geh doch mal ganz hinter. Chill doch mal. Mit Steuerung kannst du übrigens over-shoulder zielen. Ist jetzt hier, wo die so nah sind, vielleicht nicht ganz so bad. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Boah, zwei Meter Kopfschuss gemacht. Und wenn die, äh, wenn die gelben Totenköpfe da sind, dann halt das, ne? Sind die letzten. Der fast vorbei. Alter. Und wer hat den letzten gekillt? Also, hinter uns geht's auf. Wo kommt Munition? Ja. Ja, wo? Hier ist Mosin Munition. Ja, überall ist Munition. Ja, aber ich will nur schon mal wissen, wo vielleicht... Hey, lass das hinter uns alles verminen. Also, komm. Hinter uns lass mal, verminen mal jetzt alles, ja? Oh, ich hab grad ne Granate geschmissen. Geht mal weg. Ich drücke immer F für Nahkampf. Wieso könnte ich die gerne Munition holen? Noo, weil's für die Mosin ist. Hab ich doch gesagt. Loll. Lektor. War das nicht cool? Ich wieder F drissen. Oh, das war schlecht. Aua. Jetzt muss ich nachsend. Alter, ich leg die Fliege auf dem Boden. Was geht denn ab? Easy, ich mach das. Was, ich rette uns alle. Irgendwie nicht so. Okay. Also? Na, erste Runde. Alles gut. Alles gut. Ja. Wir haben sauber, sauber gespielt. Das ist doch Lüge. Das ist das Schuss 170. Ich, oder was? Nee. Wer war denn? Wer war denn? Ich auch. Ich auch. Das sind 170 Punkte, nicht 170 Meter. Okay. Ist auch ein bisschen viel. Synchronisieren? Was synchronisiert das denn jetzt? Steht das bei euch auch? Der muss den Bastion jetzt mal dazupacken. Nein. Da steht. Synchronisiere. Aber was synchronisiert das denn jetzt? Setzt das alles nochmal zurück und geht einfach wieder los. Ja, aber du musst doch im Menü neu starten machen, wenn du das Map nochmal machen willst. Da kannst du, ist er jetzt noch nicht. Na? Was? Ich verstehe dich nicht. Für Neustart. Wenn du jetzt die Map nochmal spielen willst, ne? Ja. Dafür müssen wir doch erst wieder ins Menü zurück. Nö. Nicht? Glaub nicht, aber ich frage mich, warum das jetzt so lang dauert. Kann einer Fahrstuhl-Konik? Nein, keine Fahrstuhl-Konik. Gibt's doch nicht. Kann den Scheiß jetzt neu starten, oder was? Oh, ne, bitte nicht, ey. Rage of Empires 2 hat die Edition. Gut. Wie wär's, wenn wir alle nacheinander rausgehen und gucken, ob's irgendwann, wer schuld ist. Ja, ich geh raus, dann müsst's ja passen. Das stimmt. Weil du immer der Böse bist, ne? So, bin raus. Ja. Hat jetzt weniger gut funktioniert. Ne. Weiß es auch nicht, ey. Lobby verschieben. Was hat sich geändert? Hä? Was hat sich bei mir geändert? Wollt ihr mich jetzt veräppeln, oder was? Bei mir steht jetzt Lobby verschieben und ich bin in der Lobby-Konik. Verwendung zu Spiel ist abgelaufen. Der Horst hat das Spiel verlassen. Hat funktioniert. Okay. Willst du mal horsten, Kevin? Nö. Ich hab doch mit Sicherheit gleich Disconnect oder so. Ach nee, der ist erst um drei. Aber trotzdem hab ich keine Lust. Ja, aber wenn das bei mir jetzt immer passieren würde, wär doch blöd. Was denn? Mit dem... Das hat doch sonst auch immer funktioniert. Ja, ich erstell. Du hast krassere Internet. So. Nicht, dass das Internet damit was zu tun hat, aber alles andere ist ja fast gleich. Hab euch eingeladen. Lobby beitreten. Hermann Wolff. Wir können auch die Sackgasse spielen. Was war... Nee. Nee, das war doch gut gerade. Ich hab zwar noch nicht gerafft, wie wir da weiterkommen, aber... Ja, eigentlich müssen zwei... Einer muss vorne bleiben an dem Fenster, denke ich. Und zwei eben die Tür bespachen, weil da kommen... Sind zwei Spawner auf jeden Fall gewesen. Wie, dann kommen die auch wieder von hinten, oder was? Ja, ja. Ja, dann war doch die Sackgasse eigentlich am besten. Da kam's... Äh, Kevin, warum bist du nur noch nicht drin? Weil irgendein Fehler da stand, lad mich mal noch mal ein. Was sagtest du? Ja, hab ich doch. Du Eierkopf. Ey. Also wie gesagt, bei Sackgasse kommen sie ja nur aus einer Richtung. So, bereits zum Kampf. Moment, 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 Moment. Moment. Hallo? Kannst du nicht meinen Charakter nehmen? Den auch? Nee. Den kannst du auch nehmen? Ich hab den ja auch. Wie du siehst. Ja, aber dass man zweimal den gleichen Charakter nehmen kann? Nee, das geht nicht. Doch. Nee. Nee. Doch. Geht das? Ja, nehm aber einen anderen, das irritiert mich sonst. Ich hab den schon immer... Dann nehm ich danach einen anderen. Danach nehm ich einen anderen, jetzt komm. Das ist doch hier Kindergartentheorie. Komm hier, ich nehm mal für'n Basti extra. Ach, was denn, da nimmt sich ne russische Frau? Dimm. So, Basti, dann musst du jetzt noch bereit machen, oder können wir starten? Bin bereit, bin bereit, bin bereit. Das hat ja wieder kein Zufluchtsort genommen. Bin bereit. Bitte? Das ist ja wieder kein Zufluchtsort. Ja, hast du doch gesagt? Ich hab eigentlich gesagt, die Sackgasse. Sollen wir mal ausprobieren. Nee, ich dachte eben nicht, weil du gesagt hast, nein. Karabiner. Deutsch, Ness, Karabiner, 98K. So. Wir machen eine Sekunde weg. Jetzt ernsthaft? Geht gleich los, oder? Ja. Was willst du machen? Nee, ist schon gut. Hat sich alles erledigt. Ah. Nee, ist alles gut. Synchronisieren, was ist da los? Nee, nix synchronisieren. Jetzt wird die Maus hier vernünftig ranziehen. So, jetzt hab ich die schon wieder nicht umgestellt. Was ist das denn links für ne Leiste? Achso, die geht runter, wenn man E drückt. Ja. Das Herz ist das. Herzfrequenz. Ich weiß noch nicht mal, wo man die Tomaten wechselt, zum Beispiel. Was? Tomaten? Ja, fünf, sechs und sieben. Ja, ne krasse Nachladezeit. Oder Einschlagigkeit, oder wie man's nennt. Ich empfehle hier übrigens die Schrotflinte. Ja, hab ich auch. Wie ein schönes Geräusch wird. Und E muss man drücken, damit man überhaupt gut trifft, oder willst? Entscheidend. Ohne E geht's irgendwie gar nicht, gefühlt. Doch, aber es geht halt schwierig. Echt nicht einfach, muss man sagen. Ich hol mir hier die Schrotflinte. Mir tue ich die gepanzerten wegschießen. Die hat nämlich wenig Kapazität, aber dafür viel Schaden. Wo stehe ich denn jetzt die Granatenwisch? Ich geh ans Fenster, ne? Ich steh nichts, Basti, komm mal rein. Oh, lol, das war schlecht. Schafft ihr das da hinten? Ja, nicht in die Mine. Jawohl. Die brauchen wir noch für Große. Verdammt. Ah, schießt doch nicht auf ihn. Herz geht übrigens auch, glaub ich. Und auf Leertaste ist Treten. Wo tausche ich jetzt die Granaten? Fünf, sechs, sieben. Warte, und... Auf H lege ich sie, ne? Oder G, F. F? Ja, F. Hab auch ein Stolperdraht gemacht. Könnt das überhaupt was, oder geht die mit kaputt? Was? Was geht mit kaputt? Hast ja gesehen, was da passiert, wenn die durchlaufen. Ja, aber ich hab meine ziemlich nah an die andere hier gelegt. Auf die da mit kaputt. Was? Von rechts, ich kann den nicht treffen. Ja, dann geh ich nach links. Basti, dreh dich um! Aber wo schieß ich denn hin grad? Aua! Oh, ich seh nichts mehr. Hinter uns kommt nämlich grad fast nichts. Und ich bin eben oben, dass ich mich immer mal umdrehe von Zeit zu Zeit. Oh. Wie geht Overshoulder fast besser? Wenn man nicht so kacke wäre wie ich grad. Was? Jetzt schon? Die hab ich schon gar nicht getroffen. Die schwätzeln mich. Ja, ich hab's gesehen, war witzig. Also wieder Stolperdraht überall legen und Minen überall legen. Vielleicht sollte jeder immer einen legen und dass wir das so abdingsen. Wart, komm, die Treppen rauf. Helf mir mal bitte, Kevin. Hä? Hier, eine drüber, eine hier. Wir stehen hier. Noch ein Draht hier rüber. Ich hab keine Drähte mehr. Hab einen. Noch. Und jetzt wieder hinter. Ich weiß gar nicht, wo es die Sachen alles gibt. Die rennt da rum, holt alles und klaut hier. Hä? Das sind Kisten mit Munition und du stehst nur umdreht, Kevin. Ja. Oh, hinter uns kommt ein Berserker. Liegt's hier hin? Du musst dir mal sagen, ob du da Hilfe brauchst. Und nicht nur, ob er da ist. Ja, Berserker, natürlich musst du dich da umdrehen. Der ist komplett gepanzert. Was ist hier, da stehst du doof? Wir können auch hier rausgehen. Können wir auch machen, dann wird es allerdings schneller. Haben Berserker weggemacht. Ah, der steht hier. Ich bin wieder aufgestanden. Auf. Was? Wieso treffe ich den nicht? Hä? Oh, ne, ne? Jetzt echt? Ernsthaft? Come on. Wieso hat der 10.000 Punkte? Das raffe ich jetzt nicht. Er hat wohl irgendwie ein bisschen geübt. Kennt wohl Sachen, die ich nicht kenne. Ja, wir haben Disconnect. Das kann ich dir kurz sagen. Die wissen nicht, dass ich aufnehme. Kompletter Disconnect. Cool. Ja. Ich setz einfach mal hier einen Cut und wir machen gleich weiter. Mal gucken. Tschüss. Ja. Ich setze.